Haha, Entschuldigung, äh, okay, äh, also ich heiße Charlie und, nun, ich betreibe dieses Hotel mit meiner Papa, naja, jemandem und mir, äh, halt, ich fang doch mal von vorne an, wir geben einen Scheißdreck auf irgendein Hotel, verpiss dich, bevor ich deine verschissenen Kula umfresse, mit eurem Weichstand können wir uns irgendwie wehren, ich will dir eine richtige Show geboten bekommen, zeig, was du drauf hast, scheiße, das ist höchstens mittelmäßig, pick dich, du alte Schabracke!